Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es darum, wie du mit Teasily deine erste Kampagne erstellst. Zu Teasily kommst du auf dem gezeigten Link oder du findest diesen Link unter dem Video. Gut, im ersten Video ging es darum, wie du eine geeignete Nische für dich auswählst, einen Markt findest. Und im zweiten Video ging es dann darum, was macht ein Design aus, wo finde ich gute Designs oder beziehungsweise gute Designideen für meine Kampagne. Und jetzt geht es darum, wirklich in Teasily meine Kampagne zu starten und ein T-Shirt wirklich dann live zu schalten. Dafür klicken wir oben auf Start a Campaign und dann sehen wir hier das gewünschte Produkt. Hierzu muss man wissen, klar, ein Hoodie bringt mehr im Verkauf, bringt natürlich mehr Profit. Aber wir haben jetzt Sommerzeit, man sollte sich überlegen, okay, Hoodies verkaufen sich auf jeden Fall noch gut, aber die Leute wollen natürlich jetzt kurze Sachen haben. Deshalb wählen wir hier als Einstiegsprodukt eben unser T-Shirt aus und würden wir jetzt hier ein Design haben, gehen wir hier auf Bild hinzufügen und dann können wir das hier hochladen. In dem Fall mache ich jetzt hier einfach mal Text drauf und mache den weiß, so. So, und jetzt siehst du hier, okay, Teasily zeigt dir genau an, das ist die Mitte, zack, da wird die Linie grün. Du kannst es hier wunderbar platzieren, vergrößern, verkleinern und Teasily zeigt dir genau an, ah, Druckbereich, der geht nur so groß. Okay, machen wir es hier so mal schön da drauf. Dies ist ein Test. Du siehst jetzt hier unten auch genau, was das T-Shirt im Basispreis kostet, der Einzelpreis bei 50 verkauften Produkten. Jetzt können wir hier rechts noch die Farbe anwählen und hier die Farbe halt von der Schrift oder halt ein Bild hinzufügen. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, dein Umsatzziel einzugeben. 50 Produkte ist natürlich für jeden Anfänger ein bisschen zu viel, deshalb würde ich dir raten, mit 10 oder mit 20 Produkten anzufangen. Du kannst damit, ab 10 geht, also wenn du 10 Stück, ist eh das Minimumziel, wenn du 10 Stück verkaufst, geht das Ding sowieso in Druck. Aber wenn der Kunde natürlich dann auf dieses Angebot kommt und sieht, ah, es sind erst 3 Stück von 50 verkauft und liest das nicht mit diesem Minimumziel von 10, dann ist die Möglichkeit natürlich geringer, dass der Kunde kauft, weil er glaubt, okay, das 50 schafft das Angebot sowieso nicht. Ich würde dir raten, hier mit 10 bis 20 Produkten anzufangen. Wir machen einfach mal mit 10, also wirklich die Minimalauflage und dann sehen wir, wann da ausbauen wir das dann auf. So, du siehst jetzt hier unten, okay, 10,08 Euro, dann bleiben für mich ganze 56 Cent übrig. Gute Verkaufspreise für T-Shirts, das ist jetzt, was ich da eingebe, ist der Endpreis für den Endkunden dann nachher, sind 19,95 oder 24,95. Ich würde dir vorschlagen, das eine ist halt minimal, das andere ist maximal, du kannst natürlich auch höher gehen. Es gibt auch Leute, die verkaufen die Dinger für 30 Euro. Bei mir hat sich das gut eingespielt zwischen 22 und 24, da bleiben mir 12,95 Euro für den Gewinn. Und das ist schon ein nettes Sümmchen, wo wir unsere Anzeigen finanzieren können. So, jetzt kannst du deiner Kampagne hier verschiedene Produkte noch hinzufügen. Wir wollen natürlich noch ein Hoodie anbieten, in schwarz. Wir wollen noch ein Hoodie in, meinetwegen in rot anbieten. Der Hoodie verkauft sich sehr gut zwischen 29,39 Euro. Ich weiß, das ist eine riesen Preisspanne und ich muss ehrlich sagen, ich wähle meist 39,95, manchmal auch 34,95, je nachdem, was ich für ein Motiv habe. Aber Tendenz eigentlich immer zu 39,95. Der wird dafür sehr, sehr gut verkauft und die Kunden sind zufrieden mit der Qualität. So, wir haben dann hier noch andere Produkte im Pullover, zum Beispiel, den setze ich immer auf 32,95, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und das langärmliche Shirt für 29,95. Beziehungsweise den Pullover, wenn ich den Hoodie auf 39 habe, dann tue ich den Pullover auf 34. Und wenn ich den Hoodie auf 34 habe, dann mache ich den Pullover auf 32. Und das langärmige Shirt dann auch ein bisschen billiger. Dann hast du hier natürlich noch Frauenshirts, die halt auch, was weiß ich, auch einen Gewinnsparen, also auch einen Preis von 19,95 bis 24,95. Das Tanktop nehme ich immer mit dazu, wenn ich jetzt Sachen nur für Frauen mache. Klar, Männer können damit ja nichts anfangen, obwohl manche sicherlich schon. Männer können damit natürlich nichts anfangen. Und dort nehmen wir dann, das ist so für mich das Einstiegsprodukt. Ja, wenn Leute sagen, okay, ein Pullover ist mir zu teuer, dann gibt es das Tanktop. Das setze ich immer mit 19,95 an, dass die Leute einfach, ja, für Leute, die nicht so viel Kohle haben, das Konzept und das T-Shirt einfach geil finden. Und für die ist dann dieses Tanktop da, da haben die eigentlich schon eine geringe Einstiegsschwelle, ja, und können sagen, okay, ja, das ist cool, das kaufe ich dann halt für 19,95. Das ist so dieses Entry-Product, dieses, in der Fachsprache gibt es noch sonst ein Wort, in der Fachsprache für, fällt mir jetzt gerade nicht ein. So, das ist jetzt unsere Kampagne. Hier oben rechnet uns Tiseli direkt auch aus, was für uns an Gewinn dann rausspringen kann. Wir können natürlich noch mehr Produkte auswählen. Ich würde euch da raten, wenn ihr Männerkampagnen macht, natürlich nur dann auch Klamotten für Männer auszuwählen. Männer kaufen gerne folgende Farben, Grau, Schwarz, Blau, manchmal auch Lila, Rot oder auch mal ausgefallen Orange, je nachdem, oder auch Weiß. Und Frauen bevorzugen eher dann hier dieses, das Lila hier zum Beispiel oder hier natürlich Dunkelrosa, das wird sehr gerne gekauft oder ein helles Blau zum Beispiel oder hier ein dunkles Blau. Das sind Farben, die bei Frauen sehr, sehr gut ziehen. An T-Shirts ist es ähnlich, Tanktops auch. Und ja, das ist immer wichtig, dass man dem Kunde noch mehr Auswahlmöglichkeiten hier anbietet. Ich würde das immer ausreizen, wirklich alle Sachen, die mir hier Tiseli vorgibt, die würde ich auch da reinsetzen, bis hier nichts mehr geht. Ja, damit wir für den Kunden, damit der Kunde halt wirklich echt, lässt sich einiges, 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 Tiseli bietet da wirklich extrem viele Auswahlmöglichkeiten. Hier lässt sich einiges einstellen. So, und das muss man auch immer, bei anderen T-Shirt-Plattformen gehen solche, so viele Einstellmöglichkeiten dann erst ab 50 verkauften Produkten oder mehr. Ja, das muss man wirklich sagen, Tiseli ist da echt super und führend. Und wir haben jetzt hier unsere Kampagne fertig. Ich werde jetzt, ja, natürlich noch mehr Farben. Ich habe das jetzt mal einfach so hier gemacht. Und dann kommen wir auf die nächste Seite und dort geben wir jetzt den Titel der Kampagne ein. Meist arbeite ich hier gleich und gebe da immer limitiert ein, damit der Kunde merkt, okay, das ist wirklich ein limitiertes Angebot, ja, was nicht allzu lange vorhanden ist. Und ich muss das jetzt kaufen. Dann gebe ich hier den Titel der Kampagne ein, Test, und dann hier meist bis sieben Tage. Ist übrigens hervorragendes Datum für eine Kampagne, sieben oder zehn Tage. Die benutze ich meist und arbeite damit. Es gibt natürlich noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich meine jetzt hier sieben Tage bis 5. Mai. So, dann können wir hier jetzt eine Beschreibung eingeben. Und die Beschreibung nehme ich eigentlich immer gleich, wie die aussehen sollte, seht ihr hier. Limitierte Edition, exklusives Blablabla, T-Shirt, nicht im Laden erhältlich, garantiert sicher und sichere Bezahlung mit PayPal, Visa, Mastercard, mittlerweile auch Sofortüberweisung. Drücke jetzt, jetzt reservieren oder jetzt kaufen und wähle dann deine gewünschte Größe und Farbe aus. Mit der Kunde weiß, okay, das und das muss ich machen, ein Call to Action am Schluss. Wir wollen, dass der Kunde wirklich jetzt kauft und dann das T-Shirt dann kauft. So, das gebe ich hier ein. Blablabla, kann dann natürlich den Text noch ein bisschen hier fetter machen oder kursiv, je nachdem, wie ich das will. Kann auch ein Bild einfügen oder einen Link. Wenn ich jetzt hier eine Männerkampagne habe und habe aber auch gleichzeitig dasselbe Shirt als Frauenkampagne, dann könnte ich hier zum Beispiel auch das reinschreiben, auch für Frauen erhältlich. Ich zink, gebe hier den Link ein und dann ist er nachher in der Beschreibung drin. Ja, und dann war es auch. Achso, sorry, eine Sache haben wir vergessen. Hier unten eine URL, könnt ihr noch dazu eingeben. Testkampagne. Teasily checkt dann direkt, ob das noch vorhanden ist. Ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit ermöglicht, dem Käufer seine Bestellung bei Ihnen abzuholen, also bei euch. Ja, das heißt, die Sachen werden zu euch geliefert und ihr sagt, wenn ihr jetzt für einen Sportclub oder sowas macht, dann kann der Sportclub die Sachen bei euch abholen. Das wollen wir aber nicht, das lassen wir aus und gehen dann hier auf Veröffentlichen. So, und herzlichen Glückwunsch. Die erste Kampagne auf Teasily ist damit online. Hier sehen wir jetzt die ganzen Auswahlmöglichkeiten, die wir angegeben haben. Und hier das, was ich eingegeben habe, den Titel und jetzt bestellen. So, und das Ding ist am Start. Wenn ihr jetzt auf Facebook eine Anzeige aufgeben wollt, dann könnt ihr euch hier die grafikrechte Maustaste speichern unter. Damit bekommt ihr dann das Bild von dieser Testkampagne und könnt es nachher als Werbegrafik dann auf Facebook verwenden. Aber wie das funktioniert, zeige ich euch in den nächsten Videos. Bis dann, ciao.